So, wo ist denn hier noch so ein Plan? Ich merke gerade gar nicht, dass ich aufnehme. Ich gucke mal ganz kurz. Doch, ich glaube, ich nehme auf, oder? Nehme ich elf. Na, ich gucke mal ganz kurz. Manchmal ist das bei meinem PC so, dann sieht das so aus, als würde ich aufnehmen. Äh, würde ich nicht aufnehmen, beim Aufnehmen. Versteht ihr? Oha, bleibt auch schneller. So. Ihr. Ja, ich nehme auf. Natürlich. Was denn auch sonst? So, weiter geht's. Was müssen wir denn noch machen? Äh, vier Gegner töten und einen Angriffsplan. Ich denke mal, wir müssen einfach nur längs rum. Was war das denn? Aber ich habe Lebensblut angemacht. Ich bin ausverteilt auf meine Maustaste gekommen. Wie soll man diese dummen Brandfallen? Ja, Erdwurzel können wir noch nicht abbauen. Aber dann müssen wir, äh, sechs haben. Also sechs, sechs, äh, Skillpunkte in Kräuterkunde. Wer bist du denn? Auch zwei. Stehen wir nicht meine Mobs. Ich pull die jetzt beide. Nice. Haha. Meine. Meiner. Danke. Idiot. So, jetzt verbrenne ich auch den. Ey. Finde ich jetzt aber nicht nett. Son of a bitch. Oh. Ah, da ist er wieder. Okay. So, und jetzt müssen wir noch die Skorpione hier töten. Geht ja schnell. Obwohl wir nicht töten. Ihr Gift klauen. Und dann töten, damit wir sie Kirschlein können. Und ich hoffe mal, da sind auch einige hier am Leveln. Dann kann ich alles schön Kirschlein. Vielleicht noch ein paar Wildschweine getötet. Ey. Ja, genau. Verfehlen. Ich brauche Trefferwertung. Ja. Maha. So, jetzt aber. Du, lass mich in Ruhe. Lass mich. Komm, die helfe ich mal. Bam. No. So. Bam. Richtig einen drüber gebrezelt gekriegt, der Affe. So. Liegt dann Skorpion. Wieso kann... Oh, warum looten die den nicht? Mann, ich bin Kirsch... Ah, dahinten liegt ein Schwein. Ah, ist auch. Was soll denn die Kacke? So, jetzt brauche ich Skorpione. Fünf Stück. Ah, den kann ich Kirschlein. Außerdem finde ich das gut, dass wir die beiden Berufe genommen haben. Denn, äh, die sind relativ einfach zu skillen. Vor allem die Küchenrei, das gilt mal nebenbei. Oh, da liegen auch noch welche. Hier liegt auch noch einer. Der ist aber nicht gelootet. Da liegt... Oh, nice. Schön viel Leder. Boah, sauber. Äh, einer ist auch schlecht, weil wir keine Skorpione finden. Na ja, I don't care. Ich glaube, Kirschlein gibt aber keine Erfahrung... Ich guck mal. Gibt Kirschlein Erfahrungspunkte? Nein. Egal. Ah, das ist ein Skorpion. Sound Legs! Generell habe ich gerade Legs irgendwie. Hängt wohl mit der Temperatur... ...mit der Außentemperatur von ungefähr 38 Grad... ...und einer Innentemperatur von ungefähr 40. Au, au, au. Kuh. Und dann dadurch, dass die Temperatur hier drin so warm ist... ...geht es natürlich auch liebend gerne auf meinem PC über... ...dass die CPU mal so eine ganz schwache... ...schlechte Temperatur kriegt. Wie konnte man denn hier bitte schön sterben? Wie schlecht kann ein Mensch sein? Ja, komm. Bam. Ein übergebrezelt. Na, komm. Vergiften. Danke. Toten. Oh, ich bin gleich schon Level 7. Toten stellen. Warten. Töten. Nice. So. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen, Dude. Ah, die Trolle waren ja schon mal so gechillt. Zack. 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 So. Bis jetzt ist das Gameplay vom... ...Schamanen noch relativ langweilig. Aber ich denke mal, das wird sich noch ändern. Also wie gesagt, sobald wir das nächste Mal Orgrimma besuchen, werde ich eine Gildensatzung holen. Und dann werde ich, äh... Na, bin ich während des Aufnehmens, aber... Ähm... Ja, ich werde offscreen dann 10 Leute suchen, die mir die Satzung unterschreiben. Meine Tür. Okay, den töten wir mal. Gibt, äh, Leder. Hoffentlich ein leichtes Leder. Bam. So. Lichter an ein Tier. Ah, das kann ich aber nicht kürzeln. Man muss als Sammler, Jäger und Sammler, wir sind aber eher Schamane und Sammler, immer die Augen offen halten nach Items. Ey, wie schnell das da respawnt, das Silverblatt. Das ist ja nicht normal. Äh, nehme ich das hier. Level up und Ruf. Für. Ah, Welle der Heilung. Nice. Endlich mal was zum Heilen. Ähm... Wie geht's denn so, Bro? Spricht mit Jäger. Jasch, okay, mach ich gleich. Erstmal Welle der Heilung lernen. Brauchen wir allerdings nicht in der, in der Kiva. Machen wir einfach... Links klick, Welle der Heilung. Hallo? Ja, kann ich machen. Ja, ich glaube, es geht noch nicht. Egal, dann hole ich es mir jetzt erstmal in die, in mein Kuh. Mal gucken, wie viel das so heilt. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin schon voll in LoL drin. Ich bin so voll in LoL sucht. So, 72 EP. Und wir haben schon mit 11 Distable. Das geht ja noch relativ fix. Ich freue mich schon so auf die Instanzen. Weil ich, wie ich schon gesagt habe, wie ich schon sagte, interessiert bin, wieso das Sozialverhalten und das Spielverhalten bei der Horde ist. Das kenne ich nämlich gar nicht. So, dann ab mal auf die Klinghügel. Und mal schauen, was da so geht. Oh, da sind ganz viele Kräuter. Oh mein Gott. Und da liegen ganz viele Tierleichen. Oh. Ich will... Es gibt Gold. Todesschwingesturz. Ja, ist da mittlerweile schon nichts Besonderes mehr. Finde ich schade. Sehr, sehr schade. Oh ja, Klinghügel. Hier kenne ich mich aus. Oh, die spielen zusammen. Möse. Oh Gott. Oh mein Gott. Retard. So. Frollhall. Oh, jetzt gibt es hier ganz viele Quests. Nice. Dann können wir uns nämlich mal auf eine längere Quest zu begeben. Das gefällt mir am liebsten. Quests abholen. Ey. Der ist ja schon Level 8 und kann eine Katze sein. WCF. Ich will auch. Ich wusste das gar nicht, dass die jetzt schon so früh können. Was soll ich ausspucken? Hier hinten war doch noch eine Quest. Da. Ah. Ich mag es, wenn man Quests annimmt und dann erstmal auf längere Questreisen geht. Oh, die sind ja alle an einem Platz. Fleisch vor Orgrimmar. Bringt Grimtax Fleisch zu. Aha. Das heißt, ich glaube, wir werden dann auch bald schon nach Orgrimmar geschickt. Das passt doch. Und dann werden wir dort... Ach, genau. Ja, ich denke mal, der würde uns nach Orgrimmar schicken. Die Quest werden wir aber erst später in Angriff nehmen. Erstmal ein bisschen weiter questen. Fleisch vor Orgrimmar. Und jetzt sagt er, wir müssen nach Orgrimmar, ne? Jupp. Aber das mache ich jetzt nicht. Das machen wir später. Kann ich die Kirsche nennen? Nein. Oh. Oh. Warum? Wer bist du denn? Räuberker. Kuh. Ah, ich glaube, die ganzen Wachen töten die Kühe immer. Die Kühe. Alter. Was ist da los? Kühe. Das sind Eber. Ferkel. Schweine. Da ist das Kraut. Rasselnder Scorchpits. Bamm. Oh, Malachit. Ich denke mal, es ist nicht viel wert. Aber schon mal was Grünes drin. Aber ich brauche keine verdorbenen Lederfetzen. Da ist ein Kraut. Erdwurzeln können wir aber nicht abbauen. Ich versuche mal hier ein bisschen so die Gegner zu umgehen. Hier, das Tier kenne ich das auch noch irgendwie. Ich weiß so nicht warum, aber ich weiß schon mal. Da ist ein Silberblatt. Da müssen wir hin. War hier nicht damals mal Allianz da drin? Ach, da hinten. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Silberblatt. Wer tötet denn da? Böse Hexenmeister. Böse. Böse. Er hat jetzt 233 AP. Haben wir Hexenmeister immer. Ah ne, der hat seinen Wichtel. Er hat seinen Wichtel. Seinen Wobbel. Da ist einer. Aber wenn der hier die ganze Zeit am Killen ist, bin ich ja eingeschränkt. Das finde ich gar nicht nett. Boah. Was ein Damage. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Du hast keine Chance. Keine Chance. So, hier. Wo finde ich denn die Schütze von Kult-Tiras? Was? Ging die irgendwo rum? Vielleicht in dem Häuschen hier? Ah. Schon wieder einer. Ey, das ist echt voll auf diesem Server. Das finde ich irgendwie gut. Vielleicht werden wir dann auch schon mal auf die ein oder andere PvP-Action stoßen. Ich hoffe es. Wenn das so ist, dass es hier so richtig abgeht, so im Augen-PvP, dann weiß ich ja, was mein zweiter neuer Lieblingsserver wird. Oder vielleicht sogar mein erster. Aber ewig gewacht wird immer mein Heimserver bleiben. Immer. Boah, wie viele Schätze hier liegen. Ich glaube, das Problem sind nicht die Schätze, sondern eher die Gegner, die wir finden müssen. Marine, Soldat, Leute, ein paar Liter. Ich denke mal, da ist in dieser großen Festung hier drin. Bam. Wie, verfehlt? Mann. Der war eigentlich tot. So, jetzt aber. Wir müssen jetzt aber schnell Leuten mal ein paar Liter stehlen. Weil ich glaube... Ja, er ist nicht noch am Box. Der heißt... Sarazah. Oh Gott, ey. Habt ihr echt keine eigenen Namen? Boah, ist das schlecht. Da könnte ich schon wieder in den Monitor reinbrechen. Haben die echt alle keine eigenen Namen. Hier liegt noch in der Kiste. Nein. Nein. Ich will. Nimm an. Nimm an. Nimm an. Nimm an. Nimm an. Nimm an. Mann, Mann, Mann!